Der Verfassungsschutz hat jetzt angekündigt, die AfD zu prüfen. Wie bewertet das die AfD beziehungsweise Sie als Abgeordneter und Bundesvorstandsmitglied? Die AfD wird ja schon seit mehreren Jahren geprüft. Also das Wort Prüfen gibt es ja vom Verfassungsschutz so nicht. Und es ist ja Aufgabe vom Verfassungsschutz, die Parteien zu prüfen. Also es hat sich nichts geändert die letzten drei Jahre. Das Einzige, was passiert ist, sie haben es medial extrem aufgeblasen. Ja, ist es denn üblich, dass Parteien geprüft werden? Ist das ein Vorgang, der tagtäglich passiert? Oder wie unterscheidet sich jetzt dieser Vorfall gegenüber anderen vielleicht? Also Parteien werden immer geprüft. Das ist ja Aufgabe des Verfassungsschutzes, die Parteien zu prüfen. Was anders ist, ist, dass es so medial aufgeputscht wurde. Das ist das erste Mal in der Geschichte Deutschlands oder der BRD, dass ein solcher Fall, der ja nichts an der ganzen Situation ändert, der wurde das erste Mal in der Geschichte Deutschlands so medial aufgeputscht. Und wie wird das Ganze enden für die AfD? Wie schätzen Sie das ein? Also ich denke eher, dass es positiv ist für die AfD, was jetzt geschehen ist, weil man sieht, dass der Verfassungsschutz eine Behörde ist. Und wenn man gewisse SPD-Politiker sieht, die ja twittern, es musste zuerst maßen gehen, damit wir die AfD prüfen können. Also wie gesagt, prüfen ist ja ein Irrding, gibt es nicht. Sieht man, dass es politisch gewollt war, der ganze mediale Aufruhr, dass die AfD zum Prüffall wird. Und ich denke, das ist eher positiv für uns, weil die Bevölkerung und die Wähler mitbekommen, dass ja alles von oben gesteuert wird und nichts mehr demokratisch entschieden wird. Ja, aber der Verfassungsschutz ist ja erstmal eine Behörde, oder nicht? Ja klar, wie gesagt, der Verfassungsschutz untersteht den Regierenden, untersteht dem Innenministerium. Der Bundesverfassungsschutz jetzt in diesem Fall untersteht Herrn Seehofer. Und der Haldenwang war ja dann am Tag drauf im Innenministerium zu Besuch bei Herrn Seehofer. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also mit Sicherheit ist das politisch motiviert. Es stehen in diesem Jahr sehr viele Wahlen an, in denen die Umfragewerte der AfD sehr gut sind. Wir haben im Mai die Europawahl und die Bürgerschaftswahl in Bremen. Und haben dann im Herbst drei Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und im Oktober dann in Thüringen. Und bei allen drei Ländern sind die Umfragewerte der AfD so, dass sie entweder stärkste Partei oder gleichauf mit den starken Parteien sind. Und man versucht jetzt, nachdem die Nazi-Kolle ja nicht funktioniert hat, da die Bevölkerung mittlerweile klug genug ist, dass wer nicht grün wählt, wie es eine ZDF-Reporterin gesagt hat, alles Nazis, wer nicht grün wählt, die Bevölkerung ist mittlerweile klug genug, dass es Leute gibt wie uns, die vernünftig sind, uns auch wählen kann. Und jetzt versucht man, nachdem die Nazi-Kolle nicht funktioniert hat, es mit dem Verfassungsschutz, aber auch das wird scheitern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017